So, guten Morgen und willkommen zurück. Immer noch Warzone 2900, das Spiel dauert ganz schön lang. Und ich werde nochmal die vorherige Mission spielen, äh, nein, nicht spielen, laden meine ich, also kurz vor Ende, weil... Missionstimer aktiviert. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, keinen Bock da drauf, komplett ohne Einheiten statten zu wollen, müssen, dürfen, können, möglicherweise, sollen. Deswegen werde ich das auch nicht tun. Nein, ich werde vorher noch ein paar Einheiten bauen, aber vorher werde ich meine Einheiten mal umrüsten, glaube ich, auf... Ich rüste diese um auf Ketten. Gute Frage. Sind über 1000 Lebenspunkte mehr, ne? Ja, komm. Wir bauen jetzt Ketten. Alle neuen Einheiten werden noch auf Ketten gebaut und die alten behalte ich mal. Commander... Warum hat die Commander überhaupt noch keine Ketten gegeben? Ich meine... Das sollte doch am besten gepanzert irgendwie sein, oder? Gut, Luftdorbebau ich im Prinzip eh nicht. Reparatur... Auch nicht so wirklich. Gut, Artillerie... Ist es eh scheißegal, wie schnell die sind. Weil die sind selbst mit Raider noch irgendwie lahm. Hoch 10. Da kann ich nur ein was nehmen. Wenn ich den VTOL will. Was ist das überhaupt? Äh, Termit... Was ist jetzt besser? Äh... Miss. Hochexplosive Panzerbrechende Bomben? Wie viel? 600? 400? 400 Schaden? Warum zur Hölle rüste ich die nicht um? Weil ich blöd bin. Äh, ja. Okay, da kann ich es mal verstehen. Da haben sie... Da ist nur ein Idiot. Rüste ich die nicht um? Bin ich bescheuert. Baufahrzeug lassen wir auf Halbketten. Oder was? Ne, das lassen wir auf Halbketten. Das muss schnell sein. Und wir sind schon auf Ultra... So, jetzt ist die Framerate besser. Ja, jetzt läuft es wieder stabil gut. Und wir bauen... Was bauen wir denn? Wir bauen 5 davon. Äh, 5 normale. Nach 10. Brauche ich noch einen Commander dazu. Hm. Nö. Die sind dann eh nur wieder unbefördert. Und das bringt es irgendwie nicht so wirklich. Und... Es ist ziemlich sinnlos. Commander, der unbefördert ist. Das ist doch... Hopp, du bleibst gleich mal schön da. Oh Gott, nachher muss ich dann wieder alle in diesen Pass reinpressen. Ah. Geil. Hätte ich gewusst, dass ich die nicht habe, hätte ich nicht alle hergeholt. Aber nein. Ich muss ja alle Einheiten herholen, weil ich so schlau bin. Und ich glaube, ich mache das Ganze offscreen, weil das ist jetzt nicht so spannend, oder? Willst du jemand sehen, wie ich Einheiten baue? Ich glaube nicht, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, gut. Ich mache das offscreen. Wir sehen uns dann, wenn ich damit fertig bin. So, ich habe nun ein wenig Einheiten gebaut. Und noch ein bisschen Energie aufführen lassen, weil ich meine Basis ja noch nicht ganz fertig hatte. Und ich habe schon der Framerate einbruch. Das ist nicht feierlich. Echt nicht feierlich. Hm. Keine Ahnung warum. Zu viele Einheiten auf dem Schirm. Dann fahrt mal runter. Ach, ich wünsche, ich könnte euch mitnehmen. Da. Warum? Warum verliere ich die alle? Was ist das für ein Scheiß? Habe ich immer noch Vollgas? Ich habe noch Vollgas, ja. Ich habe so eine schöne Armee und die muss ja alle aufgeben. Habe ich überhaupt noch Baufahrzeuge? Scheiß. Baufahrzeuge. Ja, genau. Baufahrzeuge und... Was ist mit der Framerate los? Hoffentlich sieht man das im Video dann nicht. Was ist mit der Framerate los? Ja, kommt, bewegt euch. Na, komm. Dort fahrt er rein. Hallo? Mission erfolgreich und so. Wohl nicht. Jetzt. Komm. Na, komm. Komm, presst euch da. Nein. Irgendwie. Was ist denn jetzt? Hallo? Hallo? Komm, presst euch. Komm, presst euch. Ah, kommt. Willst ihr mich jetzt verarschen? Ihr wollt mich verarschen, ne? Ach, ich hasse euch. Jetzt verliere ich gleich die Mission, weil die Idioten sich nicht wieder raus... ... ... Jetzt aber so langsamer. Ach, komm. Die stehen doch alle im Pass. Oh, fantastisch. Jetzt darf ich gleich laden und hab die Mission verloren, weil sie nicht im Pass stehen irgendwie. Wo sie drinstehen. Oh, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Kommt schon. Kommt da rein. Komm, wir werden sie ja wohl gebacken bekommen, da reinzufahren. Jetzt vielleicht mal so langsam mit Zeit. Sieht schlecht aus. Ja, toll. Nein. Moment, was war das jetzt eben? Nein. Warum hab ich da keine Ladenfunktion? So irgendwas explodiert, oder? Verdammt, es muss so möglich sein, die da rein zu pressen irgendwie. Komm. Ich hab's doch schon mal geschafft. Missions-Timer aktiviert. Drei fährt jetzt dahin. Eins fährt bis dahin, oder so. Da. Vollgas, komm. Gib mir Gas. Naja, vielleicht doch lieber nicht. Gib mir Benzin. So teuer. Warum ist Benzin so teuer? Ihr seid schuld. Kauf weniger, dann ist es für mich billiger. Ach komm, fahr da rein. Hopp, hopp, hopp. Hopp, da passt noch einer rein. Meinetwegen auch schräg. Schieb mir da so schräg in die Wand. Ach nein, seitlich. Seitlich, mein ich. Ach, wie auch immer. Na kommt. Noch ein Stück. Ihr passt doch da alle rein. Nein, nicht da rausschieben lassen. Nicht rausschieben lassen. Lasst euch halt nicht rausschieben. Jetzt sind's alle drin, komm. Was ist denn das für ein Mist? Ich steh'n doch alle im Pass. Mach ich irgendwas falsch? Was mach ich falsch? Na komm. Was bitte Mission gewinnen? Was mach ich denn falsch? Wieso kommt jetzt nicht Mission erfolgreich? Ah. Missionstimer aktiviert. Okay. Wir speichern nochmal Mission 3. Und Verantwortung. Ja gut, das Video kennen wir schon. Missionstimer aktiviert. So, wo steht meine Armee? Warum ist dieser Begriff in Englisch? 26 Einheiten. Oh, wir müssen Schwierigstätigkeit. Kommt mal rein. Kommt mal rein mit. Oh Gott, da ist noch nicht mal mit der Basis fertig. Geile Scheiße. Also okay, wir brauchen noch ganz viele Lancer-Aufhängungen. Äh, nein, Moment. Das waren jetzt Tankkiller. Gut, gut. Hm, welche war das? Nein, die will ich nicht. Zwei will ich. Drei. Bauen wir jeweils nochmal. Obwohl, einer reicht im Prinzip. Bau mal drei, dann haben wir sechs. Ihr seid Gruppe 1. Warum seid ihr so wenige? Weil ihr ineinander steht. Das ist echt wie ein Commander in Kongo. Wo sie auseinanderfahren und ewig viel sind. Yeah. Und warum sind die so lahm? Weil ich Ketten drauf gebaut habe, ne? War das eine gute Idee? Äh. Ah ja, die hatte ich schon. Ja, doch. Hm. Warum habe ich Ketten gebaut? Weil die mehr Panzerung haben. Ich hoffe, das hat sich jetzt gelohnt. So, welchen darf ich jetzt erstmal nicht überspeichern? Ich überspeichere mal den da. Wird schon passen. Hm. Konstruktion abgeschlossen. Ich fahr das mal dann rauf zu meiner anderen Ölquelle. Ich trau der Sache dann nämlich gar nicht da oben. So, wo ist denn jetzt Luftabwehr? Luftabwehr? Hallo. Oh, ich hab so viele Gebäude, das geht gar nicht. Produktion abgeschlossen. Ah, ich hoffe, ich krieg mal anderen Einheiten auch noch wieder. Boah, sind die lahm. Wieso kam ich auf die Idee, Ketten drauf zu stecken? Ketten drauf zu stecken und... Hey, Moment, du bist keine Kette, du bist Halbkette. Konstruktion abgeschlossen. Wo, wo willst du denn hin? Puh, geil. Also, wenn das jetzt nicht mal geiler Angriff war, dann weiß ich auch nicht. Gebäude wird angegriffen. Fick dich. Ich hab keine Karte mehr, so eine Scheiße. Und warum ist halt Frame-Age schon wieder so ein... Bleibt gefälligst auf dreißen... Oh, scheiße, jetzt brauche ich. Fangen wir da hinüber. Ich brauche mehr Luftabwehr. Och, die Luftabwehr ist so nutzlos. Konstruktion abgeschlossen. Ah, ich will immer... Ich will immer Leertaste drücken. Konstruktion abgeschlossen. Moment, hatte ich nicht noch einen gebaut? Ach nein, ich hab bloß drei gebaut, richtig. Du fährst jetzt gleich mal... Nein, du fährst auch dann über. Du fährst auch dann über. Und eins. Konstruktion abgeschlossen. Jetzt zieht euch natürlich zurück, sobald Ärger kommt. Auftritt. Die will ich mal noch nicht überspeichern. Speichertest da. Dann drücke ich ganz langsam und gemütlich nach oben vor. Er lebt noch. Konstruktion abgeschlossen. War vielleicht doch keine schlechte Idee, da... ...so technisch Ketten draufzuspannen. Schneeketten, damit man auch im Winter noch vorwärtskommt. Brauche ich nicht. Ich habe Alra. Ich komme auch ohne Schneeketten vorwärts. Konstruktion abgeschlossen. Ja, aber ob meine Kommandozentrale wieder auf... ...die brauche ich, verdammt. Oh Gott. Oh Gott, ich muss durch einen engen Pass... ...gibt es... ...ja. Gibt auch keine Alternative... Boah. Ohne Kommando treffen die ja gar nichts. Konstruktion abgeschlossen. Oh na, also. Konstruktion abgeschlossen. Geil. Das ist wunderbar, herrlich. So, ich brauche da unten noch ein wenig Luft, da... ...habe ich festgestellt, ne? Dann bauen wir doch gleich noch ein wenig welche hin. So, das wäre ich nicht. Hier, da. Konstruktion abgeschlossen. Bauen wir die denn hin? Hier beim Kraftwerk... ...und hier beim... ...Kraftwerk... ...und... ...hier hin. So. Konstruktion abgeschlossen. Ohne Kommando wird es jetzt reichlich scheiße werden. ...glaub ich. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die anderen Einheiten gar nicht alle mit abgezogen, aber... ...sagt mir ja wieder keiner. Warum sagt die mir das nicht, wenn die Spielen? Und da ist auch noch ein Aufgang. Oh, geil. Gut, deswegen habe ich die noch gesammelt, sonst hätte ich echte Probleme. Konstruktion abgeschlossen. Bin ich da hin? Konstruktion abgeschlossen. Boah, warum sind die Einheiten wieder ganz vorne? Warum? Boah, ich habe gerade entschieden, Ketten sind scheiße. Boah, wie die ohne Kommando mal gar nichts treffen. Aber sowas von überhaupt nichts. Wie weit lang braucht ihr noch? Viel zu lang. Ich komme noch nicht mehr durch den Pass richtig durch. Das wird herrlich werden. Herrlich. Wie ich enge Pässe liebe. Wegfindung. Und warum meint der Typ überhaupt, dass ich besser geeignet werde zum Atefakte sammeln? Ich meine, die meisten Atefakte habe ich doch nur von Nexus und New Paradigm geklaut, oder? Äh, geklaut, ich meine, äh, ich meine, äh, ich habe die Bösen besiegt und die Welt gerettet und so, ne? Schon klar, ne? Also, ich habe nie irgendwie... Konstruktion abgeschlossen. Angegriffen, oder so, ich habe mich immer nur verteidigt, ja, genau. Da machen wir mal komplett dicht. Konstruktion abgeschlossen. Dann da drüben noch. Hehehe. Nein! Geht, verpisst euch! Oh, ihr Wichser. Ihr dummen Arschlöcher. Stimmt. Warum landen die da jetzt? Hä? Das ist ja kippt auch gar kein Zinn.